Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 103. Mal bei Hoax Seller, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die Hoax Mistress Alexa. Ja, hallo alle zusammen, die gerade auf ihrem Bonbon rumkaut und hofft, dass das keine Geräusche macht. Und Alexa und haben andere Mikrofonen. Und ja, zur Einleitung ganz kurz, wie wir es jetzt ja immer machen. Nur herzlichen Glückwunsch nachträglich der GWOP. Die hat nämlich 25-jähriges Bestehen gehabt und hat am gestrigen Samstag das auch am Vereinshauptsitz, so möchte ich es mal formulieren, in Rostdorf gefeiert. Also da nochmal alles Gute dem Verein zum 25-jährigen Bestehen. Und ganz kurz noch der Hinweis, morgen, wer sich für den Grafen aus Saint-Germain interessiert, am 15. Oktober der Vortrag von Herrn Dr. Verführten in Eckernförde. Mehr Details dazu am Ende der Folge. Und dann machen wir erstmal weiter, ne? Genau. Die Story der Woche Es ist der Albtraum jedes Elternpaares. Es geschieht am helllichten Tag auf belebten Plätzen und dort, wo wir normalerweise Spaß haben, einkaufen gehen oder was weiß ich tun. Ich spreche von der Entführung eines kleinen Kindes. Es kann quasi jeden treffen. Und die Vorgehensweise der skrupellosen Entführer ist wirklich besonders schrecklich und grausam. Man berichtet von vielen Fällen, gerade in großen Supermärkten oder auch in Vergnügungsparks. Also ganz beliebt ist leider auf diese schreckliche Art und Weise Disneyland. Es muss sich die Mutter oder der Vater nur eine Sekunde umdrehen und in der anderen ist dann das Kind schon verschwunden. Viele Supermärkte zum Beispiel haben sich schon ein Codewort ausgedacht, wo dann quasi auf einen Hinweis hin sofort alle Ausgänge verriegelt werden und Suchtrupps losgeschickt werden, um das Kind zu finden. In einigen Fällen ist es dann auch tatsächlich so gewesen, so wird berichtet, dass man die Kinder wenig später gefunden hat. Meistens auf einer Toilette, in einem Waschraum, wie auch immer. Und diese grausame Vorgehensweise, die wird dann dadurch deutlich, dass man die Kinder findet mit halb geschorenen Haaren. Dann offensichtlich sind die Täter irgendwie bei der Verkleidung des Kindes dann irgendwie erwischt, aufgeschreckt und verscheucht worden. Das heißt also, es wurde versucht, den Kindern irgendwie den Schädel zu rasieren, um ihnen dann irgendwie eine Perücke aufsetzen zu können. Die wird auch oft gefunden und man findet auch andere Kleidung. Oft sind die Kinder dann auch fast unbekleidet, so als habe man sie gerade umziehen wollen. Also wirklich ein Verbrechen, bei dem der Verbrecher auf frischer Tat ertappt wird, nur leider nicht mehr gefasst werden kann, weil es ihm in letzter Sekunde noch gelungen ist zu fliehen. Ganz, ganz schreckliche Geschichte. Und das soll ständig in Disneyland passieren? Zum Beispiel, ja. Oder in halt diesen riesigen Supermärkten, die man so kennt. Ganz gruselig. Wir warten es mal ab. Guck mich nicht so an. Wir warten es mal ab. Thema der Woche. Ja, am heutigen Thema der Woche geht es auch um verschwundene Personen. Deswegen passt das natürlich wieder sehr gut zur Story der Woche, was natürlich kein Zufall ist. Von langem geplant. Und zwar geht es um Ereignisse, die sich ereignet haben am Valentinstag, 14. Februar 1900. Einen Samstag. Mal wieder in Australien. Nach dem Sommerton Man jetzt mal die zweite Geschichte, die in Australien spielt. Und zwar am Hanging Rock in Australien. Das ist eine Felsformation. Das ist im Prinzip ein Teil des Mount Diogenes. Das ist im Bundesstaat Victoria. Und dieser Hanging Rock hat seinen Namen daher. Also es ist erstmal ein ganz beliebter Platz. Auch schon um 1900. So für Picknicks und Wandern und so weiter. Und da am Eingang eines Wanderweges, da ist ein riesen Felsbrocken in eine Spalte gestürzt und bildet sozusagen ein Dach. Da kann man also drunter hergehen. Da hängt also zwischen zwei Felswänden fest, dieser Fels. Und daher auch der Name Hanging Rock. Das ist so der gebräuchliche Name für diese Felsformation, die vulkanischen Ursprungs ist übrigens. Und das Gebiet darum ist bewaldet. Da kann man schön, wie gesagt, wandern und spazieren gehen. Das ist also ganz malerisch. Ja, und dorthin haben sich die Schülerinnen des Abbey Yard College, das sich dort in der Nähe befindet, eben aufgemacht. Mit einer Kutsche sind sie dort hingebracht worden und durften dann einen Tag dort verbringen. Genau, der Hanging Rock liegt 70 Kilometer nördlich von Melbourne. Ja, das sollten wir noch erwähnen, genau. Die nächste Stadt ist Mount Macedon. Ja, du warst gerade schon bei den Schülerinnen des Internates. Ja, genau. Sie verbringen also diesen Tag, diesen Nachmittag dort. Am Ende des Tages sind allerdings alle in Panik und völlig aufgelöst, denn es sind einige Mädchen verschwunden und eine Lehrerin. Und ja, die Mädels, die übrig geblieben sind und die Lehrerin, die übrig geblieben ist, muss dann unverrichteter Ding und ohne die verschwundenen Personen gefunden zu haben, abends wieder zurückkehren. Es wird daraufhin eine Riesensuchaktion gestartet, die aber leider in den ersten Tagen nach Verschwinden der Person ohne Erfolg bleibt. Erst nach einer Woche findet man dann eines der Mädchen leicht verletzt, also mit Kratzern an den Händen und Verletzungen auf der Stirn, aber ansonsten unversehrt. Allerdings kann sich dieses Mädchen kaum noch erinnern oder gar nicht mehr erinnern an dieses ganzen Ereignis. Achso, wir vergaßen noch zu erwähnen, dass eines der Mädchen doch zurückgelaufen kommt, also dass mit dieser Gruppe der Verschwundenen losgezogen ist. Und dieses Mädel, ich glaube Irma hieß sie, die ist also völlig aufgelöst, in Panik und steht unter Schock, kann aber nicht berichten, was passiert ist. Sagt nur, dass die anderen halt in einen Felsen verschwunden sind oder in einer Felsspalte. Ja, nach einer Woche findet man dann eine von den Filmen. Genau, findet man, wie gesagt, diese eine oder noch, diese eine Überlebende und die kann natürlich keine Aussage machen, weil sie unter Gedächtnisverlust, unter Amnesie leidet. Und ja, diese Ereignisse, die führen dann zu weiteren Tragischen. Ein Mädchen zum Beispiel, das eines der verschwundenen Mädels, wo sie sehr verehrt hat, ist zurückgeblieben im College, wahrscheinlich aus Strafe, also bestraft worden. Und die bringt sich... Also Hausarrest, ne? Genau, die bringt sich wenig später um, als sie dann sozusagen ja nicht nur erfährt, dass ihre geliebte Freundin Miranda, hieß sie, nicht mehr zurückkehren wird, sondern dass auch sie eine Weise das Schulgeld nicht mehr aufbringen kann, beziehungsweise ihre Vormünder. Und dass sie dann weggeschickt wird zurück ins Waisenhaus. Das ist dann zu viel für das arme Mädchen. Die Schule wird auch geschlossen, weil die Eltern natürlich die Kinder nicht mehr auf der Schule lassen wollen. Ja klar, also das Ganze ist äußerst tragisch, zieht weite Kreise. Und die Schulleiterin ist dann mehr oder weniger gezwungen, immer auf weitere Schülerinnen zu verzichten. Das Ganze endet noch tragischer damit, dass sie wohl loszieht, um die Verschwundenen zu suchen. Und dann selbst am Felsen gefunden wird. Vermutlich ist sie abgestürzt, als sie darauf klettern wollte. Ja, um vielleicht auch selber nach den Mädchen zu suchen. Das Ganze spielt, muss man sagen, also 1900. Das heißt, dass diese Mädchen, Backfischer hast du sie irgendwann in der Vorbereitung so schön genannt, also Teenager, da überhaupt rumlaufen dürfen, war natürlich nur unter Aufsicht. Selbstverständlich, klar. Und ganz züchtig angekleidet. In diese ganze Geschichte hinein spielen noch zwei Stallburschen. Ein Stallbursche, ein junger Mann. Genau, in einer besseren Familie. Die die Mädchen auch gesehen haben. Auch auf die beiden fällt dann zunächst der Verdacht. Denn, und das ist jetzt das Besondere an der Geschichte, man weiß bis heute nicht, was mit diesen Mädchen passiert ist. Man hat also keine Leichen gefunden. Und jegliche polizeilichen Ermittlungen, die stattgefunden haben, haben auch kein Ergebnis zu Werke oder zu Tage gefördert. Das heißt, was mit diesen Mädchen passiert ist und wo die geblieben sind, ist völlig offen. Das Geländer um den Hanging Rock ist jetzt nicht so groß, als dass man das nicht hätte absuchen können. Also normalerweise hat das eigentlich, also es sei denn, die werden wirklich alle in tiefe, tiefe Spalten gestürzt. Kein Problem sein dürfen, die zu finden, wenn sie noch da in der Nähe gewesen wären. Ja. Ja, es hat dann 1967 die australische Schriftstellerin Joan Lindsay sich dieses Themas angenommen und hat einen Roman, Picnic at Hanging Rock, daraus gemacht. Und dieser Roman ist 1975 von Peter Weir verfilmt worden. Und das Tolle ist, das war so der erste australische Film, der auch über Australien hinaus große Anerkennung erfahren hat. Ist also wirklich von den Kritikern sehr gut aufgenommen und sehr gelobt worden. Beim Buch und beim Film hatte man so ein bisschen Probleme, das einem Genre zuzuordnen. Also ist es irgendwie eine Mystery-Geschichte, ist es ein Schauerroman. Dazu ist es eigentlich, ein Kritiker hat gesagt, beim Buch zu Sonnenbeschienen. Um ein Gothic-Roman zu sein. Ja, aber es ist ein bisschen schwer einzuordnen. Es ist eine ganz merkwürdige Geschichte. Und wir haben euch gerade einen furchtbaren Bären aufgebunden. Sie sollten das vielleicht an dieser Stelle mal auflösen. Also, die Geschichte steht so in dem Roman drin, was er gleich so geschrieben hat. Und die Autorin sagt zu Beginn des Romans, ob es sich hierbei um eine wahre Geschichte oder nicht handelt, können sie nicht sagen, das möchte sie den Lesern überlassen. Das Buch selber ist erst 1994 in Deutschland erschienen. Deswegen ist diese Geschichte, glaube ich, bei uns gar nicht so bekannt, wie im australischen Raum oder überhaupt im englischsprachigen Raum. Denn, und das ist das Verrückte daran, an der Geschichte ist natürlich überhaupt gar nichts dran. Das ist eine rein fiktive Geschichte, pro Fiktion. Aber seit Erscheinen des Buches gibt es also nach wie vor Leute, die der festen Bezeugung sind, dass diese Ereignisse wahr sind. Und ich bin ja selber auf dieses Thema gestoßen, oder ich bin darauf gestoßen, jetzt kürzlich das mal für Huxilla machen zu wollen, weil ich den Film sehr liebe. Und lustigerweise, seit ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, und ich glaube, da war ich auch irgendwie erst, weiß ich nicht, so 17, 18 oder so, keine Ahnung, war ich auch irgendwie so unbewusst immer so der Meinung, ja, das beruht bestimmt auf einer wahren Begebenheit, habe das aber auch irgendwie so gar nicht weiter hinterfragt. Hinterfragt haben das allerdings andere Leute ziemlich intensiv. Vielleicht noch ein paar Worte zu der Autorin. Joan Lindsay ist 1896 geboren und 1984 gestorben. Sie kam aus einer sehr guten, wohlsituierten australischen Familie, aus einer langen Tradition von Künstlern. Sie selbst hat sich viel mit Malerei beschäftigt. Ihr Mann, Lord Lindsay oder Sir Lindsay, in die Lord war er nicht, aber er ist zum Ritter geschlagen worden, war auch Kurator der National Gallery und sie hat ihn da so ein bisschen unterstützt. Sie ist dann aber nach der Hochzeit relativ schnell zur Schriftstellerei gekommen. Und das Besondere war bei ihr, die Vorstellung von Zeit spielte immer eine ganz besondere Rolle. Sie hat wohl in ihrem ganzen Haus keine Uhren gehabt. Das war wohl irgendwie so eine Marotte von ihr. Und sie hat immer propagiert, dass Zeit also nichts Lineares ist, sondern dass die Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft irgendwie koexistieren. Und das merkt man irgendwie auch an diesem Roman. Da wird wirklich viel in der Zeit gesprungen. Alles ist so ein bisschen mysteriös. Da geht es auch viel um fehlende Zeit. Also natürlich können sich die Leute irgendwie an nichts erinnern. Und das Mädel, was da irgendwie nach einer Woche gefunden wird, das hat wohl auch irgendwie diese Erfahrung der fehlenden Zeit gemacht. Aber genau das weiß man da auch nicht. Und das ist so die eine Säule, auf der das Ganze fußt. Und die andere ist die Auseinandersetzung der australischen Kolonisation mit den Ureinwohnern, also mit den Aborigines, sozusagen dieser Zusammenprall der verschiedenen Kulturen spielt da auch eine ganz herausragende Rolle. Da ist es fast so, so erscheint es, als wären diejenigen, die Australien kolonialisiert haben, die Eindringlinge und Menschen, die da gar nicht hingehören. Das ist nicht ihre natürliche Umgebung. Sie können dort nicht wirklich existieren. Sie bringen dort Zwänge hin, die dort gar nicht existieren. Und das prallt dann eben zusammen mit dieser Kultur der Ureinwohner. Ja. Und was wir mit dieser Folge bezwecken wollen, also erzählen die uns denn das alles, ist, um euch mal deutlich zu machen, wie aus so etwas, wie aus einem Roman sozusagen, so etwas wie eine Urban Legend sich entwickeln kann. Denn es gibt nach wie vor heutzutage noch Leute, die also an die Städte kommen, das Hanging Rock, in die kleine Stadt, die da in der Nähe ist, und dann anfangen wollen, oder auch an die Universitäten in Australien, in die Zeitungsartikel zu gehen, um nach Artikeln zu suchen, die die Ereignisse am Weihnachtstag 1900 belegen. Das heißt, das sind Leute, die wollen den Fall aufklären und bemühen sich dann tatsächlich, Quellenanalyse zu betreiben. Es ist ja auch so, dass die Autorin Frau Lindsay einen Zeitungsartikel aus dem Jahr 1914 erwähnt hat, am Ende vom Buch, der eben diese ganze Geschichte nochmal aufgreift. Dieser Artikel existiert natürlich nicht, weil es die Geschichte nicht gibt, aber all das hat die Leute dazu verhandelt, zu glauben, dass an der Geschichte was Wahres dran ist. Und der Witz an der ganzen Sache ist, ist, dass es eigentlich relativ einfach wäre, das Ganze zu falsifizieren. Es geht schon damit los, dass ein entscheidender Fehler im Roman gemacht worden ist. Da wird der Valentinstag 1900 auf einen Samstag gelegt. In Wirklichkeit war es ein Mittwoch. Dann kann man relativ leicht nachprüfen, dass dieses Ablyard College niemals existiert hat. Tatsächlich war es so, dass das inspiriert worden ist von der eigenen Schule, die Joan Lindsay besucht hat, das Braemar College. Sie hat auch so ein bisschen ihre eigene Schulzeit und auch so was die Strenge und Disziplin angeht, so ihre eigene Schulzeit verarbeitet. Aber auch das kann man relativ leicht nachprüfen, dass es das eben wirklich nicht gegeben hat. Dann kann man natürlich die Polizeiberichte durchgehen. Also wenn ein solches Ereignis stattgefunden hätte, dann hätte es tatsächlich große Wellen geschlagen und man hätte irgendwas davon lesen müssen. Aber wenn man das den Leuten sagt, erst recht zu den Australiern, die das nach wie vor glauben, dann berührt die das relativ wenig. 1980 hat es noch eine Veröffentlichung gegeben. Da hat eine Yvonne Rousseau versucht, nochmal Erklärungsansätze zu bieten. Also das Buch von Joan Lindsay zeichnet sich ja so, wie es erschienen ist. Mehr dazu gleich. Erstmal dadurch aus, dass man überhaupt nicht weiß, wie das Ganze zustande gekommen sein soll. Sie versucht dann aber so fünf Erklärungsmöglichkeiten zu bieten. Da geht es um ja, um verschiedene, also um andere Dimensionen, Paralleluniversen, um außerirdische oder um ein anderes übernatürliches Ereignis. Und es geht natürlich auch ganz profan darum, dass die Mädchen und die Lehrerinnen ermordet worden sind. Genau. Und das ist so das, weil das noch wahrscheinlich, ja so mehr oder weniger nachvollziehbar ist für die meisten Menschen, das, was sich festgesetzt hat. Wenn man heute Leute fragt und es kommen tatsächlich wohl noch viele zum Hanging Rock und wollen so ein bisschen irgendwie gucken, wie mysteriös es dort ist und fragen dann natürlich auch die Parkangestellten dort, was es da mit Aufsicht hat. Die sagen dann immer, ja hier haben doch diese Morde stattgefunden. Also da hat sich wirklich in den Köpfen festgesetzt, dass die Mädchen einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind. Genau. An den Hanging Rock Park gibt es auch eine Tafel, die Bezug nimmt auf diese Ereignisse, auf die Geschichte. In der dann aber auch nicht drin steht, dass das pure Fiktion ist. Natürlich, das liefert ja auch Touristen, die dorthin reisen. Also auch das befördert dann natürlich wieder die Glaubwürdigkeit dieser Geschichte letztendlich. Es gibt dann auch so Geschichten, wenn man recherchiert, die sagen, naja es hat Polizeiakten gegeben, aber die kleine Polizeistation ist abgebrannt und deshalb gibt es keine Aufzeichnung. Und wenn man da dann sich die Mühe macht und weiter recherchiert, stellt man eben fest, dass diese Polizeistation tatsächlich existiert, aber niemals gebrannt hat. Aber das ist so ein klassisches Phänomen, wie durch Gerüchte sozusagen einer fiktiven Geschichte Glaubwürdigkeit gegeben wird, die sich immer weiter spinnt. Und wie gesagt, noch heute gibt es Leute, die auf der Suche nach den Ereignissen sind. Es hat dann tatsächlich nach dem Tode von Frau Linz nochmal ein Ereignis gegeben, denn das Buch, was veröffentlicht worden ist 1967, hatte 17 Kapitel und ändert dann relativ abrupt, sodass man überhaupt gar keine Auflösung hat. Sie vergleicht dann wohl im letzten Satz noch die Ereignisse mit dem Geisterschiff Mary Celeste und schürt damit natürlich noch so den Anschein des Mysteriösen und lässt dann den Leser damit alleine, was natürlich auch wirklich den Reiz des Ganzen ausmacht. Das muss man ja auch mal sagen. Genau, tatsächlich geschrieben hatte sie aber 18 Kapitel und ja, es gibt verschiedene Varianten, wenn man recherchiert. Die einen sagen, die Herausgeber haben gesagt, das 18. Kapitel wollen wir nicht haben. Eine andere Variante ist, dass sie selber gesagt hat, das möchte ich nicht drin haben im Buch. Also man hat sich wohl zumindest einvernehmlich geeinigt, dass es nicht mitveröffentlicht wird. Es gab dann aber in ihrem Testament festgeschrieben, dass drei Jahre nach ihrem Tod das letzte fehlende Kapitel mit 2000 Worten glaube ich so 58 Seiten ungefähr noch veröffentlicht werden darf. Das wurde dann auch getan und da war es dann so, dass ja es wirkt so ein bisschen esoterisch oder genau was dann übersinnig. Ja, es wirkt sehr esoterisch. Was ich noch kurz dazwischen schieben wollte, man hat sich als Ort der Veröffentlichung ganz feierlich eben dieses Braemar College ausgesucht. Da hat es dann eine Zeremonie gegeben und es wurde dann in einem verschlossenen umschlägenden Anwesenden eben dieses Manuskript mit 58 Seiten überreicht. Also so ganz feierlich hat man das dann irgendwie so inszeniert. Ganz geheimnisvoll. Und was steht drin im letzten Kapitel? Das ist also so abgespaced, das fällt mir jetzt echt schwer, das zusammenzufassen. Also die Mädchen und die Lehrerin, also im Buch ist es wohl so, diese eine Irma, die dann irgendwie doch noch wegläuft, die sieht im Weglaufen diese Lehrerin Mrs. McCraw in Unterwäsche, also hier mit langen Unterhosen und so, wie man das halt so kennt, ja genau, so den Berg hochsteigen. Dort trifft sie dann wohl vermutlich auf die anderen Mädchen. Es ist wohl so, dass die Lehrerin dann vor, also es öffnet sich irgendwie so, es wird beschrieben so ein Riss in der Zeit, das ist aber gleichzeitig auch so ein Riss im Felsen, irgendwie so ganz merkwürdig, ein Riss in der Dimension, keine Ahnung, man weiß es nicht genau. Zunächst mal ziehen sie noch ihre Korsetts aus. Ja, die werden dann, genau, die werden dann feierlich verbrannt und weggeworfen, aber... Nein, nein, nicht verbrannt, sie ziehen die Korsetts aus und schmeißen sie in die Luft und sie bleiben in der Luft schweben. Okay, okay, in manchen Quellen habe ich das mit dem Verbrannt gefunden, das ist ja lustig. Nee, sie bleiben in der Luft schweben, als ob sie schwereloh sind. genau, sie werden weggeworfen, genau, und bleiben halt irgendwie in dieser windstillen Luft schweben, aus irgendwelchen Gründen. Funktioniert nicht wirklich gut mit Korsetts, wenn man das mal ausprobiert, also muss was Mysteriöses am Felsen sein. Ja, die Lehrerin schlägt dann vor, dass man sich doch in so kleine Wesen verwandeln soll, in so kleine Tiere. Halb Eidechse, halb Krebs. Ja, whatever. Um dann halt in diesem Spalt zu verschwinden. Und dann habe ich da auch wieder widersprüchliche Dinge gefunden. Das letzte Mädchen, was man dann gefunden hat, in manchen Quellen, ich habe es leider selber nicht gelesen, ich müsste das eigentlich mal lesen, wird dann gesagt, dass sie das wohl doch versucht, sich zu verwandeln, aber es fällt ein Felsen auf diesen Riss und sie kommt nicht rein und schlägt dann mit den Händen drauf und deswegen die Verletzung und sie weint, aber sie kommt dann nicht mehr rein, nachdem die anderen schon weg sind. In manchen Quellen wird auch gesagt, dass sie gar nicht möchte und dann einfach da bleibt. Also das ist irgendwie so ein bisschen mysteriös auch. Auf jeden Fall, die anderen verwandeln sich alle und verschwinden irgendwie und das ist natürlich im übertragenen Sinne zu sehen, die werden dann halt irgendwie eins mit ihrer Umgebung und mit dieser Landschaft dort und streifen natürlich ganz symbolisch so ihre alten Zwänge der Kolonialherrenschaft auch ab und kehren dann zurück zur Natur. Ja, interpretatorisch gibt es ja ganz viel, da soll ja auch so diese homosexuelle Giebe zwischen den beiden Schülerinnen ein Thema gewesen sein. Und auch diese unterdrückte Sexualität, diese Zwänge und diese, also das sieht man auch am Film relativ deutlich, diese erotische Stimmung, die da aufkommt, aber doch auch irgendwie unterdrückt ist. Also es ist schon irgendwie sehr abgefahren. Der Film bei der Gelegenheit erinnert ja so ein bisschen so von der Machart an zärtliche Cousine, Ja, das habe ich auch gedacht. Wer den mal gesehen hat, also so mit Panflötenmusik und extrem viel Weichzeichner und Gegenlicht. Ja. Wenn ihr immer die Gelegenheit habt, den irgendwo zu sehen, versuch das mal. Der hat ein paar Längen, aber es ist eigentlich irgendwie ein ganz, ganz cooler Film. Also es ist auch irgendwie relativ spannend gemacht. Aber sehr abgefahren. Natürlich. Ja, was bleibt über von der Geschichte? Man muss vorsichtig sein, wenn es um verschwindende Menschen geht und man muss vernünftig recherchieren. und man muss vor allen Dingen glaube ich nicht jede Geschichte, die einem als wahr oder sie wird ja gar nicht als wahr angepriesen. Möglicherweise wahr. Möglicherweise wahr angepriesen wird. Dann nochmal hinterfragen und schauen, was ist wirklich hinter dieser Geschichte. Aber da kannst du eigentlich predigen, so viel du möchtest. Denn die Leute, die am Hanging Rock, was wirklich super hübsch sein muss, da die Gegend, das ist ein Nationalpark beziehungsweise ein Naturschutzgebiet, da zieht es auch heute noch viele Leute hin. Aber wenn du denen sagst, ja, da ist nichts dran an der Geschichte und am Hanging Rock ist auch nichts Mysteriöses, dann wollen die das eh nicht glauben. Also da gehen Leute noch heute irgendwie mit Pendeln durch die Gegend und versuchen da irgendwelchen esoterischen Klimbim. Da sind dann bestimmt auch Leihlinien und Energielinien, die in den Rocks von laufen. Und ein Riss in den Dimensionen. Also man kann dann in eine andere Dimension wahrscheinlich irgendwie aufsteigen. Willst du noch ein paar Worte zu modernen Sagen und dieser Geschichte machen oder haben wir das an anderer Stelle schon genügend abgefrühstückt? Wie solche Muster für solche Geschichten dann? Naja, also das spielt natürlich damit, dass es durchaus wahr sein könnte. Also mir ist es auch nicht schwer gefallen, mir vorzustellen, dass da vielleicht 1900 irgendwelche Mädels mal verschwunden sind. Was mit denen passiert ist, sei da hingestellt. Also der Theorie mit den Außerirdischen wäre ich jetzt vielleicht nicht so anheim gefallen, aber dass da vielleicht ein Verbrechen passiert ist, hätte ich mir durchaus vorstellen können. Wäre natürlich ein bisschen komisch gewesen, dass man dann die Leichen gefunden hat, aber who knows? Und das ist genau der Punkt. Moderne Sagen haben immer einen Kern, von dem man sagen würde, ja, warum eigentlich nicht? Zumindest auf den ersten Blick ist das so. Wenn man dann anfängt, mal drüber nachzudenken, dann kommt einem das Ganze natürlich irgendwann so fantastisch vor und das zu erklären würde also so viel Fantastik mit einbeziehen und einbeziehen müssen, dass man dann relativ schnell drauf kommt, dass es sich vielleicht doch um eine moderne Sage handelt. Dann haben wir das Picknick am Valentinstag, so der deutsche Titel, beziehungsweise Picknick am Hanging Rock, glaube ich, in einer Tiefe behandelt und kommen dann jetzt nochmal ganz kurz auf die entführten oder nicht entführten Kindern in großen Vergnügungsparks zu sprechen. Die Auflösung Ja, die verschwundenen oder halb entführten oder ganz entführten kahlgeschorenen Kinder in Disneyland, hat es die gegeben, ja oder nein? Also in der Form, wie ich das dargestellt habe, ist das eine waschechte Urban Legend. Und wenn man sich das mal genauer überlegt, ist das auch relativ unwahrscheinlich, dass wenn man dann ein Kind irgendwie so unter den Augen der Mutter in einem vollbesetzten Vergnügungspark irgendwie wegschnappt, dass man es dann erst irgendwo hinschafft, großartig verkleiden muss und vor allen Dingen, wenn man schon eine Perücke dabei hat, um das Kind zu verkleiden, warum man sich dann noch die Mühe und die Zeit nimmt, den Kopf kahl zu scheren, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man dabei dann erwischt wird, irgendwie doch relativ groß ist. Also das ist wieder so typisch, wenn man sich da mal die Details genauer anguckt, dann kommt einem das Ganze dann doch irgendwann ein bisschen merkwürdig vor. Ich will damit nicht sagen, dass es natürlich, dass es keine Kindesentführung gibt, aber so in dieser Form und aus Vergnügungsparks, das ist wirklich also schon ein Klassiker unter den modernen Sagen. Das gibt es in allen Farben und Formen und das kommt auch in allen möglichen Quellensammlungen vor. Allerdings habe ich hier bei Snopes noch eine ganz lustige Anekdote gefunden. Da hat wohl im Jahr 2012 noch jemand versucht, daraus eine Zeitungsgeschichte zu machen, aus eben dieser Geschichte mit Disneyland und ist dann irgendwie suspendiert worden, weil es dann irgendwie relativ schnell aufgefallen ist, dass er da einem Hoax aufgesessen ist, einer modernen Sage und das geht natürlich nicht. Also wer so schlecht recherchiert und sowas dann irgendwie als wahre Geschichte verkaufen will, das zeugt natürlich nicht von einem konsequenten und gründlichen Arbeiten. Was aber irgendwie so überraschend ist in den heutigen Medien. Nö. Klingt halt gut, ne? Macht sich irgendwie gut. Klingt halt gut, genau. Ja, dann haben wir sozusagen das Pflichtprogramm abgeschlossen, weisen jetzt aber nochmal gerne auf den Vortrag zum Grafen von Saint-Germain hin. Für all diejenigen, die sich im Norden der Republik befinden, die können Herrn Verführten nämlich am Dienstagabend, am 15. Nee, am Montagabend schon, also morgen direkt, am Montagabend um 19.30 Uhr in Eckernförde sehen und zwar im Karls Showpalast in Karlshöhe 47 in Eckernförde ist das und kostet für Nichtmitglieder des Heimatvereins 5 Euro. Ist doch der Heimatverein nicht das, was Falsches erzählt hat. Ja, ist der Heimatverein. Und ja, da für all diejenigen, die da oben aus der Region kommen, geht mal hin, hört euch das an. Ganz sympathischer Typ, der Herr Verführten. Also wir können das euch wirklich nur ans Herz legen, wer das irgendwie schafft. Und das Schlimme ist, wir ärgern uns schwarz, aber wir werden es selber wahrscheinlich leider nicht schaffen, dorthin zu fahren morgen. Aus dienstlichen Gründen. Das ist einfach jammerschade. Ich wäre da echt gern dabei gewesen. Genau. Wir müssen ja auch mal gelegentlich andere Dinge tun. Ansonsten, was können wir noch berichten? Ja, 25 Jahre GWOP. Haben wir schon in der Einleitung gesagt. 1987 im Oktober wurde der Verein gegründet. Es gab eine Feierstunde jetzt dann am Samstag in Rostorf. Darüber wird es sicherlich in den nächsten Tagen noch einige Berichte geben. Und da kann man dem GWOP-Account auf Twitter folgen oder dem Skeptiker.de-Account auf Twitter. Da wird man sicherlich darüber informiert werden. Ja, der Vierteljahrhundert deutsche Skeptiker. Genau, immerhin. Wir gehören da jetzt auch schon fast zwei Jahre dazu. Also das noch als Hinweis. Und wir waren Donnerstag auf dem Science Slam in Hamburg. Auch das kann man noch mal ganz kurz erwähnen. Übel und gefährlich. So hieß die Location. Und das war sehr, sehr gut besucht. Gar nicht übel und total ungefährlich. Und total super. Also auch da noch mal für alle der Aufwurf. Guckt auf die Homepage vom Science Slam, ob nicht mal bei euch in der Nähe ein Science Slam ist. Wer jetzt sagt, was war denn noch mal Science Slam? Es gibt eine eigene Folge darüber, wo wir berichten, wie so ein Science Slam abläuft, wo wir dabei sind live bei einem Science Slam. Und guckt mal, ob bei euch in der Ecke nicht was los ist. Und fahrt da mal hin, weil das macht immer Spaß. Und wer weiß, vielleicht habt ihr ja irgendwie auch selber mal ein Thema. Also wenn ihr gerade euren Doktor macht und ihr sagt, ey, ich will mein Thema aber vielleicht auch mal in einem größeren Publikum in zehn Minuten und mit lustigen Worten darstellen. Es gibt sogar Workshops, da kann man sich dann angucken, wie man das am besten aufbaut. Zumindest hier in Hamburg gibt es die. Ob es die an anderer Stelle gibt, müssen wir nochmal nachfragen. Aber ja, überlegt euch das mal. Genau, macht da mal mit. Es gibt auf YouTube zahllose Videos. Gibt da mal Science Slam ein. Da kriegt ihr zahllose Videos, die sehr, sehr unterhaltsam sind zum Gucken. Und das kann man in jedem Fall auch mal tun. Ansonsten haben wir noch was, wo wir Werbung machen können. Blackstreet Stories können wir mal wieder Werbung machen. Alex das Vorlese Podcast mit Folge. Das Mammut Kapitel habe ich jetzt gerade mit der Nummer vier von Christine habe ich jetzt gerade abgeschlossen. Was neben Schweinereien im Mittelteil einen sehr interessanten Teil über die Bibel enthält. Vielleicht solltet ihr da mal reinhören. So nach dem Motto, die Bibel ist ein Märchenbuch. Und zwar sehr schön gemacht. Da habe ich das hart auch unterschätzt. Und vielleicht nochmal so als Hinweis. Wir sprechen von einem Roman aus dem 18. Jahrhundert. Darf man ja auch nicht vergessen. Also Kapitel vier auch mal zu empfehlen. Ansonsten gab es den Psycho-Talk drei Stunden Star Trek letzte Woche. Kann man sich auch nochmal anhören. Ja, müsst ihr euch mal anhören. Und euch da eine Meinung zu bilden. Es gibt geteilte Meinungen, aber die meisten fanden das ganz gut. Und finden das Psycho-Talk-Konzept auch ganz gut. Und ja, ohne das jetzt hier unnötig in die Länge ziehen zu wollen, würde ich sagen... Wenn der Skeptikater hier im Studio schläft und es ist total gemütlich, dann ist es echt schwer. Dabei arbeiten zu müssen. Genau. Skeptikater Nights pennt hier nämlich fröhlich gerade im Studio rum. Das sieht super gemütlich aus. Naja, wir machen glaube ich mal an der Stelle mal Schluss. Wir wünschen euch allen eine schöne Woche. Solltet ihr erst so einen Verführten schaffen, grüßt ihn immer schön von uns. Der wird sich sicherlich an die beiden Verrückten erinnern, die mit ihm einen ganzen Tag durch Eckernförde gelaufen sind. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche wieder bei Huxella. Und bis dahin eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxella.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxella ist eine Rackerture Production aus dem Jahre 2012. Und da bis zum nächsten Mal. Rackerture Vielen Dank.